Startposition. Schlägerkopf nach oben, stehe hüftbreit parallel zum Netz und die Füße zeigen nach vorne. Führe den Schlägerkopf maximal bis Ohrhöhe zurück. Gleichzeitig Schritt mit links nach vorne Richtung Ball. Bewege den Schläger nach vorne leicht abwärts. Treffpunkt seitlich vor dem Körper, Schlägerspitze zeigt nach oben rechts und die Schlägerfläche leicht nach oben geöffnet. Verlagere das Gewicht auf den linken Fuß. Blick bleibt nach dem Schlag noch kurzzeitig auf dem Treffpunkt. Trainingsaufgabe. Spiele zehnmal Cross, also diagonal, dann zehnmal Longline, geradeaus. Beginne immer in der Startposition. Jeder Treffer ins richtige Feld gibt einen Punkt. Schaffst du zehn Punkte? Dann geht's weiter!